Hi Leute, hier ist wieder Sven vom K-Styster-Blog. Ich habe hier mal wieder mein iPhone 14 Pro Max liegen und in diesem Video geht es um eine neue Hülle von Spigen und zwar die Zero One. Ja, die gibt es auch nur für das 14 Pro und für das 14 Pro Max, für die normalen 14, also für das 14 und 14 Plus gibt es diese Hülle gar nicht. Ich habe mir die gekauft auf Amazon für 33,99. Ja, ich weiß, Spigen wird auch immer teurer. Und so schaut diese Sonderedition aus. Es ist so ein, ja, eigentlich ist es eine Ultra-Hybrid-Hülle, steht auch drauf auf der Verpackung, halt mit einem komplett neuen Design, was so ein bisschen das iPhone von innen zeigen soll. Hier steht auch iPhone-Edition. Ja, natürlich habe ich die Hülle wieder für euch getestet. Kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen und wir starten mit den Vorteilen. Fangen wir natürlich erstmal beim Design an. Das Design ist natürlich richtig, richtig außergewöhnlich. Man muss natürlich drauf stehen auf sowas und wenn man drauf steht, dann denke ich mal, dass man hier eine richtig geile Hülle hat, die halt richtig heraussticht. Kommen wir zum zweiten Vorteil. Auch hier haben wir wieder ein Hardcase. Also das hier hinten, das ist so ein Plexiglas, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was das ist oder Plastik. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall hart und wir haben hier wieder so einen harten Gummirahmen. Das schützt natürlich bestens, wenn uns das Ganze mal runterfallen sollte. Ja, packen wir das Telefon mal rein und schauen, wie das Ganze überhaupt aussieht. So, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze auch nicht zu dick, aber wir kommen erstmal zum Display- und Kameraschutz. Ich habe ein Panzerglas installiert und trotzdem schaut dieser Rand hier noch, sagen wir mal, ein bis zwei Millimeter rüber. Das heißt, wenn ich das Ganze so hinlege, liegt das Display auch nicht auf. Und genau das gleiche haben wir auch hinten bei der Kamera. Hier schaut auch diese Umrandung weiter raus. Das heißt, auch hier kann ich es ablegen, ohne dass die Linsen direkt aufliegen. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Und zwar ist hier MagSafe integriert. Ich glaube, Spigen nennt das MagFit, aber es ist im Endeffekt MagSafe. Ich denke mal, das macht man, weil man keinen Bock auf Stress mit Apple hat. So, das Ganze hält und das Ganze lädt. Und es ist auch wirklich schön fest, dass man das auch zum Beispiel an so einer Autohalterung, MagSafe Autohalterung dran machen kann und auch mal ein bisschen über Kopfsteinpflaster fahren kann, ohne dass das Handy sofort abfällt. Ja, kommen wir zum nächsten Vorteil. Panzergläser. Wie gesagt, ich habe hier ein Panzerglas drauf und ihr könnt hier wirklich alle Panzergläser mit verwenden aus meinem Panzerglas-Test. Schaut mal rein auf meinem Kanal. Dort habe ich fünf Panzergläser für euch schon getestet und die passen auch alle mit dieser Hülle zusammen. Kommen wir zum nächsten Vorteil, die Aussparung. Ihr seht es, hier wird nichts verdeckt und auch hier wird nichts verdeckt. Das funktioniert super, also die Aussparungen sind gut. Nächster Vorteil, der schwarze Rahmen. Also durch diesen schwarzen Rahmen, den wir hier haben, normalerweise ist das Ultra-Hybrid-Case von Spigen. Also wenn ihr es normal transparent holt, finde ich das immer ein bisschen zu dick, gerade an den Rändern. Hier aber durch den schwarzen Rahmen, finde ich, fällt das Ganze nicht wirklich auf. Also das haben sie gut gemacht. Und ein zweiter Vorteil, den dieser schwarze Rahmen hat, es ist halt dieses transparente Gummi eigentlich. Aber es wird nicht gelb, weil es ja eigentlich schwarz ist. Selbst wenn da irgendwie so ein bisschen Verfärbung reinkommen sollte, wird man das eigentlich nicht sehen. Also nicht so wie bei einer transparenten Hülle. Ja, das waren die Vorteile. Kommen wir mal zu den Nachteilen von dieser Hülle. Und ich konnte wirklich hier auch nur einen finden und das ist halt der fehlende Innenschutz. Viele Hüllen haben mittlerweile nämlich so einen Mikrofaser-Innenschutz auf der Innenseite der Hülle. Und das hätte man hier eigentlich auch machen können, weil die ja sowieso nicht wirklich durchsichtig ist. Das heißt, kommt einmal irgendwie so ein Sandkorn dazwischen, gerade so in Urlaubszeiten, kann einem das hier halt die Rückseite zerkratzen vom Handy, weil das hier hin und her ruht schon das Mikrofaser würde, sowas halt festhalten. Ja, das war der einzige Nachteil. Vielleicht kann man noch als Nachteil den Preis sehen, aber mittlerweile wird alles extrem teuer. Da würde ich jetzt hier eigentlich auch nicht so drauf eingehen. Ja, das waren die Vor- und Nachteile. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Die Hülle schützt das iPhone sehr gut. Da gibt es also nichts zu meckern. Die einzige Frage, die sich stellt, ist es genau das Design, was du willst oder nicht? Ja, das war es auch schon mit dem Video. Falls ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, werdet Abonnent. Würde mich riesig freuen und natürlich lasst einen Daumen hoch da, würde mich genauso freuen. Und natürlich wie immer, bis zum nächsten Video.